Hallo und herzlich willkommen aus der Übersetzungskabine. Ihr hört den Vortrag Sense Without Sight, A Crash Course on Blind Navigation. Also wahrnehmen ohne Sehen einen Crashkurs in Blinden Navigation in der Übersetzung von Stefan und Elsie. Applaus So, ihr könntet glauben, dass ich Daredevil bin. Ich bin nicht, bin es leider nicht, leider. Ich habe keine magischen Kräfte, ich habe tatsächlich Behinderungen. Das macht es für mich schwerer. Nichtsdestotrotz. Super, Live-Demos. Nee, ich falle nicht von der Bühne. Ich kann herumlaufen, auch ohne meinen Stock. Aber die genaue Zielortung ist ein bisschen schwieriger. Also, um das klarzumachen. Ich tue nicht nur so. Und ihr könnt sehen, dass das wirklich so ist, weil ich hier meine Augen verbunden habe. Ich kann nichts sehen. Ihr braucht also nicht zu fragen, wie gut ich sehen kann. Oder warum. Ich kann einfach nicht sehen. Das Problem, was ich habe, ist Lichtblindheit. Ich kann sehen, wenn es sehr dunkel ist. Aber wenn es sehr hell ist, kann ich nichts sehen. Und Lichter, die so hell sind, wie diese Scheinwerfer hier, die tun mir in den Augen weh. Ich könnte diesen Vortrag nicht mit offenen Augen und ohne Brille machen. Meine Slides, meine Website, darüber können wir reden. Wir brauchen nicht darüber zu sehen, dass ich blind bin. Aber während dieses Vortrags oder während der Workshops, da ist es in Ordnung, wenn ihr Fragen darüber stellt. Wenn ihr mit mir an Sachen arbeiten wollt, dann ist es in Ordnung. Ich habe Helfer für diesen Vortrag. Einer von denen ist, wie ich das nenne, das hilfreicher Arschloch. Mein Herald. Bitte komm auf die Bühne. Ich habe auch Bitt. Wo bist du? Und ich habe jemanden, der meine Slides weiterschaltet, denn ich kann meine Slides nicht sehen. Glücklicherweise für euch muss ich den Talk nicht so geben, mit verrenktem Hals und auf die Leinwand starren. Es ist in Ordnung, wenn ihr Lärm macht, wenn es hilft. Dann höre ich, wo ihr seid. Ihr fragt euch vielleicht, wie ich hier auf die Bühne gekommen bin, ohne meinen Stock. Zuerst mal, der Stock ist sehr, sehr hilfreich. Ich kann damit eine ganze Reihe von Sachen machen. Zum Beispiel genau hier. Ihr könnt es vielleicht nicht sehen, aber es gibt hier einen Unterschied im Bodenbelag. Es gibt hier einen Teppich und daneben einen harten Boden aus Holz. Wenn ich da nur mit den Füßen drüber streiche, dann kann ich fühlen, dass da was ist. Aber wenn ich das mit meinem Stock mache, dann höre ich tatsächlich den Unterschied. Ihr dürft übrigens Ja sagen als Antwort auf Fragen. Selbst wenn ich jetzt nur laufe und mit meinem Stock über den Boden streiche, kann ich sehr einfach kann ich die Textur des Bodens spüren. Was vielleicht euch nicht auffällt, was wir jetzt ausprobieren können, die Textur des Teppichs, die unter euren Füßen ist, das gilt natürlich nicht für die Leute, die zu Hause sind. hier auf der Bühne. Der Teppich fühlt sich unterschiedlich an, von der Vorderkarte der Bühne nach hinten und von links nach rechts. Und euer Teppichboden besteht aus einzelnen Kacheln, aus Quadraten. Und fühlt euch, fühlt das doch mal nach, wie sich der Teppich anfühlt. Schaut mal, ob ihr rausfindet, in welcher Richtung sich das roher anfühlt und in welcher Richtung weicher. Und wenn ich mit meinem Stock von links nach rechts streiche, dann ist es weicher und wenn ich von rechts nach links streiche, dann ist es entsprechend härter. Und wenn ich den Stock mit einem festeren Griff bewege, dann kann ich den Widerstand spüren. Der Stock verbietet sich sogar ein bisschen. Und man hört natürlich was. Das ist, was ich mit dem Stock sehr gut machen kann, ist den Ton hören. Das kann ich auch mit den Füßen machen, aber das geht mit dem Stock sehr viel besser. diese unterschiedlichen Oberflächen hören sich deutlich anders an. Ich kann sogar hier hinten kann ich sogar hören, da hinten ist die Bühne nicht hohl. Wenn ich hier nach vorne komme, dann gibt es plötzlich ein Echo und dann kann ich hören, dass es da vorne hohl ist. Damit kann ich jetzt feststellen, wo ich mich gerade befinde, auf was für Boden ich mich befinde. Sorry für das Mikrofon. und ich kann die Kante fühlen. An der Kante ist es sehr widerstandsfähig und hier in der Mitte hat es sehr viel mehr Echo. Und sehr hilfreich ist es für die Echo-Ortung. Es ist dasselbe Prinzip. Ich bin da nicht so gut da drin. Es gibt Leute, die da drin sehr gut sind und was ich hören kann, was ihr auch hören könnt oder was ihr jetzt mal versuchen zu hören. Ihr könnt versuchen zu hören, wie groß der Raum ist. Während ich das mache, schließt bitte die Augen. Die Slides werden sich nicht ändern und ich bin einfach hier. Und bewegt mal euren Kopf von links nach rechts, während ich das mache. und achtet auf den Ton, den ihr aus dem Raum hört. Ihr werdet hören, wie groß der Raum um euch herum ist. Und ihr werdet das Echo hören, das meinen Stock hinterlässt. Jetzt hören wir keinen Seilton, damit die Zuschauer hier im Raum das tatsächlich ohne Verstärkung gut hören können. Er schlägt mit seinem Stock auf den Bühnenboden und die Zuschauer, manche, drehen den Kopf und versuchen zu hören. Das ist eine einfache Version. Eine andere Geschichte ist, es gibt die großen Vorhänge hier auf der Bühne und wie renne ich da nicht einfach direkt rein. Ich kann da einfach mit meinem Stock reinlaufen. Das ist der Lautsprecher. Sorry. So, das ist der Vorhang. Sehr weich. Es gibt noch ein paar Sachen, die ich gleich zeige. Nochmal sorry wegen des Lautsprechers, während ich hier durchlaufe. wenn ich zum Seiten Vorhang laufe. Oh, sie haben noch extra Sachen auf die Bühne getan. Juhu. Wenn ich jetzt näher an den Vorhang komme, dann absorbiert er den Ton. Das ist das. Bitt, wo bist du? Es schaut so aus, als würdest du dich nicht mehr wiederfinden. Soll ich dir helfen? Nee, ich weiß, wo ich bin. Mein lieber Signal Angel, mein Herald repräsentiert die Person, die versucht, in Anführungszeichen hilfreich zu sein, mehrfach am Tag und es nervt ein bisschen oder es geht von nervig bis tatsächlich gefällig. Ich kann mich auf der Bühne hervorragend bewegen, selbst ohne meinen Stock und also vielen Dank. ich finde mich zurecht. Also, wenn jemand direkt neben dir steht, wie kann ich rausfinden, dass er tatsächlich genau da ist, ohne ihn mit dem Stock zu berühren? Und manchmal mache ich das. Wenn ich euch also ans Bein haue mit meinem Stock, speziell wenn ihr hier in einer großen Menge an Leuten sind und ihr richtig leise seid, dann ist das die Art und Weise, wie ich herausfinde, dass ihr da seid. Aber ich kann im Moment tatsächlich seine Körperwärme spüren. Wenn ich ein bisschen näher heranrücke, dann kann ich es mit meinem Handrücken und mit meinem Arm spüren und wenn ich meine Hand auf seine Schulter lege und da ist seine Wange. Ich würde gerne, dass ihr das mal probiert. Dreht euch mal zur Person, direkt neben euch steht, fragt um Erlaubnis. Ich habe Bits Zustimmung eingeholt für alles, was ich machen werde. Und macht doch, hebt euch, hebt mal bitte eure Hand und versucht mal fast die Wange eures Nachbarn zu berühren, aber ohne sie wirklich zu berühren. und dann berührt sie. Nur so ein bisschen, nicht wirklich berühren, natürlich mit geschlossenen Augen und dann tauscht. sehr viele Zuschauer machen das jetzt tatsächlich. So, another place that I feel this is on walls. An einer anderen Stelle, wo ich das spüre, wenn, wo ich das spüre, sind Wände. Hier, direkt vor der Bühne, aus den kleinen Löchern hier, in dieser Wand kommt kalte Luft raus. Wenn ich meinen Arm ganz nah an die Wand bewege, ungefähr in dieser Entfernung kann ich die kalte Luft fühlen. Und in der Entfernung kann ich den Laminarstrom fühlen. Und die Haare auf dem Rücken meines Arms kitzeln ein bisschen. wir haben Leute, die im Publikum sind und die werden mit ihren Scootern und Kickboards ein bisschen durchs Publikum fahren und schaut mal, ob ihr den Wind, der dadurch erzeugt wird, wie sie an euch vorbeifahren. und natürlich der Ton. Andere sind lauter als andere. Wenn sie an euch vorbeifahren, dann spürt ihr, dass da eine leichte Brise hinter ihnen vorbeizieht und hier auf dem Kongress gibt es relativ viel Scooter und Gott weiß was für motorisierte Geräte und manche Leute laufen sehr schnell. Die erzeugen selbst beim Gehen den Wind. Hier beim Kongress gibt es diese schönen Tunnel vom CCL vom CCL zur Halle 2 gibt es einen Tunnel, der durch die Glashalle läuft und wenn man da durchläuft, dann ändert sich die Charakteristik des Raums komplett. Man fühlt einen Wind, der von der Seite kommt und wenn der Tunnel auf meiner rechten Seite ist und dann spüre ich einen Wind, der aus dem Tunnel kommt, der sehr viel kühler ist und der vorher nicht da war. Wenn da nur eine Wand ist, dann passiert da nichts. Zeig uns. alle macht mal bitte die Augen zu. Jeder, bitte. Bitte nicht die Audio-Engel. Jeder im Publikum, macht mal bitte eure Augen zu. Wenn eure Telefonnummer in der Ziffer 1 endet, dann bewegt mal eure Arme so, dass Wind erzeugt wird. Wenn ihr eine andere Endziffer habt, dann zeigt bitte mal auf dahin, wo der Wind erzeugt wird. Fühlt ihr das? Ja, nein. Wie geht Leute, ihr mit der Ziffer 1, hört mal auf, jetzt mal die mit der Ziffer 4 am Ende. Winkt mal, bewegt eure Hände, fühlt ihr das? Zeigt da drauf. Dann jetzt bitte die Leute mit der Endziffer 7. Okay. Wenn Leute an dir vorbeilaufen, dann spült man den Wind, die Luft unter der Bühne ist kühler, wenn man an einem Tunnel vorbeigeht, dann kommt da kalte Luft raus. Okay. 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 Soll ich deine Hand halten? Nee, danke. Ist in Ordnung. noch mehr Sachen hier auf der Bühne. also hier unten können. Wenn ich die Tür hier aufmache und ich daran vorbeilaufe, dann spüre ich diesen Wind. ist hier ganz flach auf meiner rechten Seite und wenn ich ein bisschen nach vorne laufe, dann ist da plötzlich dieser Wind von dieser Öffnung. als die Leute an euch vorbeigefahren sind, konnte ich das spüren. Wenn ich jetzt mit meinem Stock schlage, aber ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt, dann gibt es auf dieser Seite einen Ton. der irgendwie an dieser Tür endet und wenn ich meinen Stock hier schlage, dann gibt es ein bisschen Reflektion durch die Tür durch. Ja, ich weiß, wenn man die Tür zumacht. Wahnsinn. Genauso für diese Wände hier. Ich kann fühlen, dass ich nah an der Wand bin. Hier kitzelt nichts. Was kommt als nächstes? Ah, ja. Ah, ja. Also. Ihr habt hier noch lauter Zeugs hingestellt. Soll ich dir die Schülle beiseite schieben? Manchmal wird es hilfreich, im Moment ist es aber in Ordnung. Wenn du es jetzt bewegst, wenn du es bewegst, nachdem ich rausgefunden habe, wo es ist, dann ist es nicht mehr da, wo ich es erwarte. Und dann wird es für mich schwieriger, mich zu orientieren. Eine der Schwierigkeiten, wenn man blind ist, man muss sich an sehr vieles erinnern. Was euch vielleicht nicht auffällt, ihr outsourcet euer Gedächtnis. Euch fällt gar nicht auf, wie sehr sich eure Umgebung die ganze Zeit verändert. Und fragt mal einen Blinden, wie sehr sie das hassen. Mir geht das zumindest so. Wenn ich mich jetzt zum Beispiel hinsetzen möchte, dann ist hier ein Stuhl. Wenn der Stuhl jetzt dauernd bewegt wird, dann wird es sehr schwierig für mich, mich hinzusetzen. Er riecht zum Glück nicht so schlimm. Aber einige Leute haben einen sehr bedeutsamen Geruch. Zum Beispiel wegen ihres Parfums. Wenn ihr schon mal im öffentlichen Nahverkehr wart oder in einem Fahrstuhl, dann kennt ihr das spezifische Aroma vom öffentlichen Nahverkehr. dann wisst ihr, dass ihr in New York seid. So, soll die nächste Gruppe sich bewegen? Meine Assistenten bewegen sich jetzt durch die Reihen mit etwas, das sie in den Händen halten. Was ihr jetzt machen sollt, ist eure Augen schließen, riecht, fühlt den Wind, zeigt auf die Leute. Lecker, Orange. Jetzt bin ich sehr hungrig. Wenn ich zum Beispiel an einem Kaffeehaus wo laufe, dann, ja, überraschenderweise riecht das ganz stark nach Kaffee. Und eine Drogerie riecht nach Drogerieprodukten und ein Kleidungsgeschäft. Riecht nach ganz komischem Parfum, was die verwenden. Keine Ahnung, warum die das machen, aber es ist ein ganz spezifischer Geruch. Und wenn ihr darauf achtet, dann fällt euch das auch auf. So, dann, was als nächstes? Okay. Also, liebes Arschloch, was, kennst du deine Zeilen? Hast du, hast du deine Augen verbunden? Nee, dann, dann mach mal bitte. Jetzt muss ich, ja, soll ich dir meinen leihen? es wird sehr hell. also, wenn ihr jemandem helfen wollt beim Navigieren, dann fragt als erstes, möchtet ihr Hilfe haben? Ja, ja, bitte. greift nicht einfach Leute an, nur weil jemand mit einem Stock unterwegs ist, heißt das nicht, dass er Hilfe braucht. Wenn ihr jemanden anfasst, dann mit dem Rücken eurer Hand und nicht einfach am Arm greifen und, äh, äh, also, lass uns, äh, den Sitzplatz finden. Und einige Leute würden jetzt, die Hand greifen und, äh, nach unten ziehen. Tada. und der Sitz ist gefunden. Folgen wir noch ein bisschen? Kann ich ein bisschen, äh, Piepen haben im Hintergrund, bitte? So, ähm, einen kleinen Schlag. Hast du das hintere Ende des Raums gehört? Mach nochmal, bitte. Ja, ich glaube, es ist da, in die Richtung. Ich glaube, es ist vor mir, ein bisschen nach rechts. Also, eine Sache, die man wirklich nicht machen möchte, wenn jemand versucht, die eigene Orientierung zu erkennen und, was man wirklich nicht machen sollte, ist, dann jemanden zu greifen. Liebes Arschloch? Ja, bitte, kann ich dir helfen? Kann ich dich irgendwo hinbringen? Lass uns mal so tun, als würde er gerne die Treppe runter möchten, während er in Wirklichkeit lieber nach vorne an den Bühnenrand gehen möchte. Einen kleinen Moment. Du siehst verloren aus. Hau ab. Kannst du mal ans hintere Ende des Raumes zeigen? Nicht ganz. das passiert, das passiert, wenn man jemanden, jemandes Orientierung verwirrt. Wenn ihr helfen wollt, dann könnt ihr helfen, ihr könnt nett sein. Ihr könnt eure Hand anbieten. Ihr haltet nicht ihn, sondern er hält euch. Bitte, setz dich. Kann ich bitte meine Augenbinde zurückhaben? Ihr könnt sehen, dass das alles improvisiert ist. Und jetzt laufe ich wieder ohne meinen Stock einfach hier an der Kante entlang. Es ist nicht einfach nur ein Trick. So, weiter. Okay. Einige von euch reagieren jetzt vielleicht mit dem Gedanken, okay, toll, jetzt kann ich hier über die Bühne laufen oder reden oder Entscheidungen treffen. Ich wünschte, ich würde hier nur Spaß machen, aber das passiert tatsächlich recht häufig. Kannst du mal hier von der Bühne runtergehen? Stattdessen würde ich euch jetzt gerne etwas vorführen, was tatsächlich ein bisschen mehr Skill erfordert. Und zwar ein Jahrzehnt Aikido aus zehnjähriger Erfahrung. Aikido ist eine Kampfsportart. jetzt kommt hier die Partnerin auf die Bühne. Ich habe ungefähr fünf Jahre gebraucht, um zu lernen, einen Stock zu verwenden. Anna lernt seit viel mehr Jahren schon Aikido und ist ein Gürtelträger zweiten Grades, ein schwarzer Gürtel. Was ich euch jetzt vorführen möchte, ist, wie ich feststellen kann, dass sie sich daran macht, meine Hand zu ergreifen. Zuerst kommt hier dieses Geräusch, das die Füße auf dem Teppich machen, dann das Gefühl, wie ihre Hand sich mir nähert, über den Wind, aber auch die Wärme und dort kommt ihre Faust auf mich zu und ich kann spüren, dass sie sich zurücklehnt und dann kann ich sie auf den Boden werfen. So, Ton, Bewegung, Wind, Hitze, Vibration, an dem Handgelenk und da liegt sie und in voller Geschwindigkeit. Augenbinde ist nicht verschwunden, ich bin auch nicht der Level, ich kann einfach nicht sehen, ich habe keine super Hörfähigkeiten, mein Gehör ist ganz gut, aber nicht besser als bei der Durchschnittsperson. Nur um zu zeigen, dass es nicht nur in diesen sehr überlegt angeordneten Situationen funktioniert, wird sich Hannah nun auf mich stürzen, von irgendwoher und ich werde sie ein bisschen umherwerfen. Wie ihr seht, kann ich immer noch auf sie fokussieren. Ich kann still pinner wenn ich will. Was? Hi! 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 Jetzt kämpfen sie sogar zu zweit gegen ihn, aber nicht sehr erfolgreich. Also doch ein bisschen Derby-Devil. Yes! Ich habe ein bisschen wie ein bisschen ist, was nicht ist. Ich habe Nein, ich habe Ihnen vorher natürlich nicht gesagt, was Sie machen sollen. Das ist echt. Und ja, ich bin jetzt etwas außer Atem. Das ist schon eine Weile her, dass ich das letzte Mal trainiert habe. Und nochmal, ich gucke aber noch in eine Richtung, oder? Ich habe nicht vergessen, wo diese Linie ist. Diese Kante zwischen Holz und Teppich. Kann ich hier mit meinem Ring anschlagen. An die Wand geht das etwas besser. Das erzeugt einen richtig schönen Echo-Klang. Und wenn ihr keine Arschlöcher sein wollt, denkt daran, erst mal fragen. Vielleicht will ich nicht eure Hilfe. Und vielleicht brauche ich sie auch gar nicht. Und was ihr vielleicht für hilfreich haltet, ist möglicherweise oder eher wahrscheinlich der Fall, dass es nicht hilfreich ist. Wenn ich Hilfe brauche, dann frage ich euch. Das bedeutet nicht, dass ihr mich anfasst. Ich bevorzuge es Leuten über den Klang zu folgen. Also kann ich zum Beispiel dem Schleifgeräusch eurer Füße folgen. Oder ihr redet einfach weiter. Andere Leute bevorzugen es, über Handberührung zu folgen. Also wenn ich zum Beispiel in die Richtung der Bühnenmitte möchte, also führe mich mal zur Bühnenmitte, dann fasse ich dich am Ellbogen an und ich tue mich natürlich. Wenn du jemanden anfällst, dann mit der Handrückenseite. Außer natürlich, man wurde dazu eingeladen, zu attackieren. Und legt nicht den Arm um denjenigen. Berührt denjenigen mit der Armrückenseite. und sagt, hallo, brauchst du Hilfe? Kann man das anbieten? Kann man fragen? Hast du dich verlaufen? Brauchst du Hilfe? Eine wichtige Sache noch. Wenn Leute Behinderungen simulieren, dann versuchen sie teilweise es zu versuchen, indem sie einfach so tun, als wären sie blind oder als wären sie in einem Rollstuhl. Also man sitzt zum Beispiel für einen Tag im Rollstuhl und dann denkt man, oh, das muss so schlimm sein, im Rollstuhl zu sitzen, meine Arme tun weh. Und ich habe nicht herausgefunden, wie man in die zweite Etage bekommt. Aber das liegt erst mal daran, dass man das jetzt für einen Tag gemacht hat und derjenige, der im Rollstuhl sitzt, der macht das seit Jahren und hat viel bessere Arme als du. Und er weiß, wo alles ist und weiß auch, wie man navigiert. Genauso weiß auch ich, wie ich mich orientieren kann. Wenn man einfach versucht, seine Augenbinde anzulegen und deinen Stock in die Hand zu nehmen, um das blinde Leben einmal für einen Tag zu erleben, dann ist das nicht so hilfreich. Tatsächlich hat mal jemand mich gefragt, ob ich ihm meinen Stock gebe, aber das kommt gar nicht in Frage. So, ich würde es vielleicht meinem Partner leihen und ihm helfen und so, damit er nicht Angst hat, davor gegen Dinge zu rennen und so weiter. Man weiß nicht, was man nicht weiß, natürlich. das meiste, was ich euch heute gezeigt habe, darüber habt ihr euch wahrscheinlich noch gar keine Gedanken gemacht, dass das so geht. Ist euch überhaupt ausgefallen, wie viele unterschiedliche Bodenbelege es hier gibt? Wie viele Texturen? Wie viele verschiedene Geräusche und Gerüche und der Wind, Luftzug und die Deckenhöhen? Wahrscheinlich achtet ihr da gar nicht drauf, aber ich mache das. Ohne diese Erfahrung könnt ihr das auch nicht lernen. So weit, so gut. Ich gebe natürlich Workshops. Einer meiner Workshops wird jetzt direkt hier nach dem Talk stattfinden. Andere eventuell noch, wenn ich weitere Energie habe. Und jetzt bitte ich hier meine freiwilligen Helfer auf die Bühne. Dieser Talk ist kompliziert. Wenn man hier die Content-Crew und die Walk-Crew befragt, dann werden sich bestimmt bestätigen, dass es anstrengend ist, diese Dinge zu veranstalten und zu organisieren, denn hier gibt es Stereo-Aufnahmen und so weiter. Aber ich hoffe, dass auch ihr zu Hause das über Stereo-Kopfhörer hört und es auch aus meiner Perspektive hört, wie es ist, wenn man hier mit dem Stock auf den Boden schlägt, dass man das Echo im Raum hört und so weiter. Also vielen Dank. Bitte verbeugt euch. Vielen Dank, Sai, für diesen interessanten Talk. Wenn ihr Fragen habt und es euch nicht stört, aufgenommen zu werden und eventuell auf die Bühne zu kommen, damit ich eure Frage beantworten kann, dann kommt bitte hier an den Rand der Bühne. Wer nicht auf die Bühne kommen will, kann auch seine Frage von einem der vier Raummikrofone stellen. Die erste Frage von Mikrofon Nummer zwei. Wollt ihr auf die Bühne kommen? Mikro Nummer zwei steht hier in der Mitte vom Raum. Ich komme auf die Bühne. Ich komme auf die Bühne. Also wenn ihr bereit seid, auf die Bühne zu kommen, dann geht bitte zu Mikrofon Nummer vier. Vielen Dank für den tollen Vortrag. Meine Frage ist, ich möchte gerne wissen, wie deine Vorstellung funktioniert, wenn jemand sich eine Schachtel vorstellt, einen Kasten. Wie funktioniert das für dich? Ja, da würde ich zurück zu meinem Vortrag über Psychologie von 27 C3 gehen. Schachteln, Boxen, sind eine Kategorie, was auch immer, tut mir leid, habe ich nicht verstanden. Also es gibt ja natürlich verschiedene Arten von Boxen, ist das eine kleine Schachtel oder ein Aufzug oder ich weiß nicht, wie ich das beantworten würde. Also wenn ich versuche, mir etwas vorzustellen, dann stelle ich mir vor, wie es aussieht. An einem bestimmten Ort, wenn jemand über eine Kiste redet, mein Gehirn arbeitet sehr visuell. Wie funktioniert das für blinde Personen? Na, das hängt von der blinden Person ab. Also ich hatte noch nie so einen visuellen Denkvorgang. Also was ich dann mache, ist, ich frage einfach mal, wie denkt ihr denn? Wenn ihr euch vorstellt, was ihr den letzten Tag über getan habt, macht das mal. Okay. Viele Leute fühlen das als quasi Audio Monolog, also als Stimme in ihrem Kopf, also ihre eigene, nicht andere Stimmen. Viele haben aber auch eine Art visuelle Erinnerungserlebnis, andere haben das so als Art Text, die auf die Frage, ob das jemand hat, da hat sich keiner gemeldet. Und ja, für mich ist das pur rein abstrakt. Also ich kann mir die Box natürlich auch visuell vorstellen oder ich, achso, ich kann in dunklem Licht sehen, aber nicht hier. So nach oben zu schauen, bereitet mir Schmerzen, da kommt zu viel Licht durch, dass es mir Schmerzen bereitet. Ich kann meine Augenbinde temporär ablegen, aber alles andere Schmerz, aber in einem dunklen Raum kann ich ganz gut sehen. So und die nächsten Fragen sind aus dem Internet. Internet. Was hältst du von der App Be My Eyes? Das ist tatsächlich gar nicht schlecht. Be My Eyes und Tab Tab C und Be Specular gibt es einige für iPhone, die ich nicht benutze, weil ich ein Android benutze, aber iPhone und Mac Produkts im Allgemeinen haben da ganz gute Produkte. Die sind ganz nützlich, nicht so für mich, wenn ich zum Beispiel zu Hause für mich eine Dosen-Suppe identifizieren möchte, dann brauche ich das nicht. Ich kann das im dunklen Licht erkennen, aber wenn ich einkaufen gehe, das ist wirklich umständlich. ein Accessibility-Problem, wer darüber nachdenkt, wenn es nur die Suche-Funktionen unterstützt, also zum Beispiel ich gehe in einen Supermarkt, ja, selbst ich mache das, dann werde ich oft gefragt, hey, wie kann ich euch helfen, wie kann ich dir helfen, ich weiß nicht, was habt ihr denn, so, was habt ihr denn, so, ich hätte gern einen herzhaften Snack und, hm, was habt ihr denn, keine Ahnung, nenn doch mal was, so, gerade in Deutschland weiß ich nicht, was hier verkauft verkauft wird, es ist also schwieriger zu browsen und diese Apps sind eher dazu gut, ein bestimmtes Objekt zu identifizieren und das ist vielleicht hier nicht so verbreitet, aber in barbarischen Ländern kommt es ja vor, dass Geldscheine alle dieselbe Größe haben, aber die amerikanische Vereinigung der Sehengeschränkten hat die amerikanische Regierung verklagt, dass dort die blinden Accessibility Features auch für Geldscheine eingeführt werden müssen, haben da eine Klage gewonnen und hier haben Geldscheine natürlich Braille-Punkte und ähnliche Identifikationsmarker das ist hier also nicht so schlecht, so ein Be My Eyes ist also eher nützlich für Personen, die auch zu Hause blind sind. Hier noch eine Frage von Mikrofon Nummer vier, willst du auf die Bühne kommen? Stell erst mal die Frage. Sehr beeindruckend, wie du das alles erkennst. Ich bin sehr neugierig, wenn du eine neue Person kennenlernst, was bemerkst du als erstes? Wie findest du raus, ob die interessant sind, attraktiv? Wie findest du das raus? Weil ich mir die natürlich angucke. so, ich gehe in meiner Antwort mal davon aus, dass ich zu dem Zeitpunkt dann blind bin, wenn ich die kennenlerne. Wenn sie auf mich zukommen und mich fragen, wie viel kannst du denn sehen, dann gehe ich erst mal davon aus, dass ich mit dieser Person nicht so viel zu tun haben möchte. Wenn das jemand ist, der auf mich zukommt und zum Beispiel mein T-Shirt gelesen hat und dann mit mir über alle möglichen Dinge Gespräch kommen möchte und dann zum Beispiel über Fragen wie oh wie würdest du denn Liquid Democracy implementieren oder ähnliche Fragen zu diskutieren, dann ist das wohl eher eine interessante Person und wenn sie sich einfach vorstellen und nett sind. Wie evaluierst du denn Personen? Natürlich kann man das nicht nur darüber wie sie aussehen. Ich kann ungefähr das Geschlecht und das Alter abschätzen und eventuell auch wo man sprachlich so herkommt etwa wie groß man ist wie groß mein Gesprächspartner ist und wie schwer in etwa das kann ich vom Klang deiner Stimme und vom Wärme Volumen was man ausstrahlt abschätzen und so weiter. Ja auch Blinde können Rassisten sein wenn du daran gedacht hast Jeder kann Rassist sein Ich denke das ist eigentlich genauso wie bei jedem anderen Eine letzte Frage von Mikro Nummer zwei Danke für den Vortrag sehr beeindruckend hast du schon mal einen smarten Blindenstock ausprobiert mit Also mein Folie ist ja noch dran wo steht dass ich da schon Interesse dran hätte da zusammen zu arbeiten mit anderen Leuten Eric Boyd von St. Richard wo ich früher war hat zum Beispiel ein Fußkettchen entwickelt das ist eine Serie von vibrierenden Buzzern ist die nach Norden weisen meins ist leider kaputt gegangen also wenn hier jemand eins übrig hat ich hätte schon gerne eins absolute Orientierung ist schwierig sowas wie relative Orientierung wie zum Beispiel was sich gerade mit Alkido vorgeführt hat das ist relativ einfach es ist dann aber leicht die absolute Orientierung zu verlieren für sowas gibt es sicherlich sinnvolle Produktlösung mir fällt gerade nicht ein wie es heißt aber es gibt zum Beispiel einen taktil Feedback Kompass in Uhrenform da klickt man drauf und dann vibriert es und zeigt dann in welche Richtung man zeigt wenn man etwas kontinuierliches braucht dann weiß ich nicht ob das so funktioniert dann gibt es auch Ansätze wo man eine Kamera an den Stock oder an den Griff des Stocks anbringt und dann piept das wenn man in die Nähe von Dingen kommt an die man stoßen könnte sowas habe ich selber noch nicht verwendet aber von Freunden die mir von ihren Erfahrungen damit erzählt haben dann sind diese Lösungen häufig von Menschen entworfen und entwickelt die selber nicht blind sind und deswegen nicht so genau wissen was eigentlich notwendig und sinnvoll ist es ist kein großes Hindernis aber größere Hindernissen in bestimmten Höhen gibt es natürlich Probleme mit dem Stock auch zum Beispiel bei Pesten auf Augenhöhe oder ähnlichem zum Beispiel bin ich einmal in London in einem Regierungsgebäude auf einen Monitor gestoßen der auf Nasenhöhe angebracht war in den ich dann natürlich auch fromt hineingelaufen bin aber im Allgemeinen sind sie in England eigentlich ganz fortgeschritten was die Blindenfreundlichkeit angeht aber es gibt natürlich überall Bäume die einem im Weg sein können und Bushaltestellen haben oft ungünstig geformte Hindernisse mein Stock ist so dass er bis etwa an meine Nase reicht ist also recht lang weil ich recht schnell laufe deswegen hat meine einen niederen Winkel und dann ist es relativ wahrscheinlich dass ich unterhalb eines Hindernisses mit meinem Stock mich bewege und es dann nicht registriere wäre also unter Umständen ganz nützlich wenn es etwas gäbe was Objekte die höher sind als der Stock dann registriert werden und eben diese Absolut Orientierung wäre auch ein interessantes Feld dort noch in dem ich gerne auch kollaborieren würde also zum Beispiel in den Griff eines Stockes einzubauende ob Geräte oder im Hut oder andere Objekte die man am Körper tragen kann wenn man da Interesse hat bitte gerne bei mir melden oder zum Beispiel Brillen mit Null mit absoluter Lichtreduktion herstellen kann daran hätte ich auch Interesse das ist anscheinend eine bisher noch nicht gelöste Technologie das ist es für heute gewesen vielen Dank nochmal an SAI Ja ihr habt gehört den Vortrag wahrnehmen ohne Sicht ein ein Vamos e an a an ein l an an Untertitelung des ZDF, 2020